Willkommen bei Vedia Day 2022 Eins, zwei, drei, Laune! Das ist sehr, 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 sehr! Jetzt ist es zu. Ah! Hallo, Deutschland? Ja, sag doch mal was! Ja, heute war wieder Miede Day bei uns und wir haben erst angefangen mit einem kompletten Mannschaftsfoto, inklusive allen Spielern, Betreuerteam und so weiter. Danach gab es noch diverse Einzelporträts. Dann ging es weiter mit einem weiteren Mannschafts-Shooting für VW. Okay. Wir machen hier gerade ein Box-Bruder-Shooting. Dann gab es eben drei Stationen bei uns heute. Einmal das DFL-Shooting, das ganz normale. Dann einmal ein Action-Shooting. Und dann die letzte Station war das Autogramm-Karten-Shooting. Und könnt ihr euch schon drauf freuen. Da sind ein paar interessante Sachen dabei und ich glaube, die werden euch Spaß machen. Ja! 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 Ja, genau. Alex! Alex! Du hast deine Haare auf! Guten Morgen! Danke an dir! 3 1 2 Kannst du ein klein bisschen noch nicht sehen? Genau! Super! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.